Hallo, Srey! Könntest du bitte mal wieder ein Unboxing machen? Hm... Wäre im Bereich des Möglichen... Wäre im Bereich des Möglichen... Liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Yeah! Endlich wieder ein neues Unboxing. Ihr habt es euch gewünscht. Und ja, was hier so knistert. Ich habe wieder etwas von QWERTY bekommen. Mmh... Ja! Ist das nicht schön, Leute? Oh mein Gott! Ich freue mich drauf und wir unboxen das Teil jetzt. Danke an meinen Frontmann. Wir packen das Paket direkt aus. Und zwar habe ich hier ein Messer, Leute. Und mmh... Tut das gut. Ich blende euch mal ein Bild ein, wie die Deutsche Post dieses Paket bei mir hinterlegt hat. Aber... Das hat mich richtig aggressiv gemacht, Leute. Die Deutsche Post kann nämlich gar nichts. Weißt du? So Briefkasten, so voll klein und der Gesicht so... Das Paket passt da gerade so rein. Schreddern den halben Briefkasten, kaputt in die mir das Paket da reinpacken. Und ich denke mir so... What the fuck? Oh mein Gott, Leute. Aber egal, wir fangen jetzt an. Endlich mal wieder QWERTY-T-Shirts. Ich habe mir die Shirts auf Black Friday geholt, als es T-Shirts für 4 Euro gab. Hab mir natürlich wieder 6 Stift bestellt. Random Motive, so wie wir es lieben. Und, oh mein Gott, das erste Motiv ist... Uff. Uff, Leute. Boku no Hero Academia. Mh. Hier. Mh. Sieht das gut aus. Es sieht mega aus. Oh mein Gott. Top. Das ist schon mal geil. Freut mich. Dann haben wir einmal... Hehehe. Okay. Hehehe. Okay. Ich kenne eine Person, der das wahrscheinlich sehr gefallen würde. Denn, Grüße gehen raus an dich. Und zwar habe ich hier Thomas, der Lokomo-Panzer. Mh. Guckt es euch an. Da. So. Dann haben wir ein weißes T-Shirt. Oh. 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 Das ist geil, Leute. Das ist fett. Mh. Mh. Im Übrigen. Die beiden sind von Fruit of the Loom. Die T-Shirts. Hier habe ich jetzt eins. Gilden Soft Style. Und hier haben wir einmal ein T-Shirt in weiß. Mit dem Motiv Chirus Reise ins Zauberland. Sieht auch geil aus. Es sind schon mal drei T-Shirts, die mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und, mh. Das schmeckt mir, Leute. Das schmeckt mir. Entschuldigung, dass ich heute so ein bisschen aufgedreht bin. Aber es ist halt nach langer Zeit mal wieder ein Unboxing. Und ich probiere gerade so eine neue Kameraperspektive aus. In der ihr natürlich den ganzen Bereich sieht. Im Übrigen hinten hängen neue Fanarts. Danke, Leute, dass ihr mir Fanarts malt. Wenn ihr mir welche malen wollt, macht das doch gerne. Ich würde mich freuen, die Wand da hinten weiter zu schmücken. Dann ein weiteres T-Shirt. Mh. Oh, ist das geil. Mh. Schmeckt Fruit of the Loom. Und ein Venom-Motiv. Mh. Vielleicht ist das ja sogar das, was in der Dunkelheit leuchtet. Aber. Doch. Das sieht. Das leuchtet im Dunkeln, Leute. Oh mein Gott. Tja, Leute. Ich habe gerade probiert, die Softbox da einmal auszumachen. Oder ob man es sieht. Aber man sieht es nicht. Und das Venom-Shirt leuchtet. Mega geil. Vier T-Shirts, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wieder Fruit of the Loom. Drauf stehen tut Pluto. Pluto, never forget. Okay. Hier ist auch so weiße Farbe. Aber die leuchtet nicht. Mh. Ah, das ist jetzt. Das ist jetzt so ein Shirt, was mir nicht so gefällt. Aber gut. Dann kommen wir auch schon zum letzten. Schon zum letzten Chip. Oh mein Gott. Und es gibt sogar noch eine Überraschung. Plus eine weitere Überraschung. Okay. Die eine Überraschung ist schon mal hier drin. Das sind unsere geliebten Haribo Starmix Mini-Dinger. Die sind immer geil. Die gehen immer. Die großen Tüten sind scheiße. Und hier haben wir ein Godzilla T-Shirt. Auch von Fruit of the Loom. Das Motiv sieht auch mega nice aus. Geil. Geil. Und jetzt gibt es hier noch eine geile Weihnachtsbestellung. The Christmas Present Everyone Really Wants. Das ist QWERTY Weihnachtssong. Oh mein Gott. Mh. Hust. Mh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017